Ich versteh das Schadenssystem hier wohl schon nicht. Random ist das. Wir spielen hier halt kein Crapple Field oder Call of Duty ey. Call of Duty? Man muss hier schon in den Kopf schießen, wenn man Schaden machen will. Don't forget, aim for the head. Detective Craps ist da am Start. Oh, da wurde geschossen. Ich hab den Feuerlöscher klar gemacht. Aua! Vita, Hilfe! Nee, nicht dir. Wo ist... Du willst mich töten? Wo ist Nephias? Ich bin hinten am Fahrstuhl. Das ist Craps. Hilfe, hier wird der... Hilfe! Da würde ich aufpassen, würde ich nicht reingehen. Wenn einer rauskommt... Wenn du rauskommst, kriegst du sofort eine ab. Da ist... Ah! Vita ey! Da auch, Alter! Craps erwerft die ganze Zeit. Ich darf das auch nicht. Kein Grund zum Töten. Okay, dann mach ich jetzt auch mit. Jetzt wird's Tote geben. Wenn ich tot bin, ist es Vita, Wolf, der eh nicht zielt. Du holst aber auf den Detective auf, ne? Wenn du den Detective killst, dann bist du... Der Detective ist doch da auf der Treppe. Ja, und da hast du hingezielt. Oh, wieso kriegt Vita keinen Schaden, der Cheater, ey? Der ist da wieder! Wenn ich Schaden krieg, schieße ich. Da bist du tot, wenn du Schaden kriegst. Oh Gott, ich häng an Vita fest, glaub ich. Ne, das hat ne Bombe gelegt übrigens. Nein! Nein! Weißt du, wenn Dalu das wieder sagt, dann ist es Dalu. Ja, wie denn? Wann hab ich das denn gemacht? In welcher Zeit? Nein! Vita... Zielt auf meinen Kopf? Ja, ich bin hier in dir, ich häng da in dir drinnen. Dalu hat mich angebucht. Dalu hat mich angebucht. Dalu hat mich angebucht. Traitor, Traitor! Ah! Alter! Dalu hat Vita erschossen! Ah, wieso hing ich dann in ihn auf einmal? Wer war's jetzt? Ich war's. Aber ich hing ja in Vita leider. Da bin ich einmal Traitor in meinem Leben. Ich wollte ihn erst messern, aber wär ja auch aufgefallen. Komm einfach. Geht so. Messer am Morgen. Einmal ist man Traitor und dann wieder sowas, ey. Ja, und dann legt man sich erst mit den Falschen an, ey. Au. Hallo. Risky Business wieder, wenn du schießt und du Inno bist, ne? Komme! Ich bin Inno! Ich bin Inno! Ich bin Inno! Okay, also wir beide sind schon mal safe. Ich hätte dich abgeballert. Natürlich hätte ich dich abgeballert. Granz hat die Dinge jetzt angemacht. Granz, wir haben's alle gesehen, ey. Nein. Granz hat DMGs angemacht. Crap! Ey, wo ist Vita? Dalu ist immer noch hier. Dalu zielt auf mich. Ja, der hat hier auch irgendwas aktiviert. Ja, da hat grad einer aktiviert. So, wenn ich tot bin, ist es Granz. Vita ist hier mit drin. So, Dreiecks, Dreiecksstellung. Ja, Dreiecksstellung. Da hüpfen ich so nervös rum. Ich bin bei Granz und Dalu im Aufzug. Heilige. Granate wurde geworfen, egal was es ist. Granz ist gleich tot. Ich hab sie in der Hand. Oh Gott, alles ist voll. Alles ist voll. Ähm, die Traitor-Gange sind offen. Dalu kannst du nicht wieder vor mir... Da liegt der Heilige! Haut ab! Wo? Unter dir! Hä? Was ist das denn? Ist... was war das? Ist verpufft. Hast ein Blindgänger geworfen. Granz ist es! Nephias ist es! LUL! Hä? Ich bin im Fahrstuhl. Ich kann es gar nicht sein. Dalu ist es, Leute. Nephias hat er gesagt. Ich hab mich die ganze Zeit versteckt. Ich war nicht... Er hat Nephias gesagt. Nein! Er hat Granz gesagt. Und da... Fuck, man! Hallo! Ich hab Granz ist es und dann Nephias ist es, lol. Weil ich dachte, du sitzt da unten drinnen. Ach so! Ah! Da kam der Vita gut runtergeholt. Dann haben wir noch zwei, drei Rünge und dann ist es vorbei, vorbei. Da hab ich ihnen das Ding noch in den Kopf geworfen. Dann wieder 1000 Karma! Oh ne! Ich auch! Alle! Na toll, ich kann aber damit nicht umgehen. Ich hab hier wieder die meisten Punkte, weil ich der beste Spieler bin. Das erste Mal den ganzen Abend hast du die meisten Points. Am Ende wird das Schwein fett. Und das Ende. Ich jetzt... Das ändere ich jetzt, wenn ich Traitor bin und direkt erst mal ein Headshot auf Nephias. Was? Wir alle kriegt's mit. PING! Ja, okay. Ich hab's gesehen. Ich hab daneben geschossen. Ich hab daneben geschossen. Ich hab daneben geschossen. Hallo. Nephias ist frei zum Abschluss. Hallo. Ich hab daneben geschossen. Nur weil ich ausgewicht mag ich. Ich hab daneben geschossen. Oh, Nephias, ey. Gar nicht gut, ey. Alter. Vita geht zum Detective. Ach so, hier ist der Detective. Wer ist denn das? Scraps. Der wurde doch grad schon wieder geschossen. Ich verfolge Nephias da jetzt irgendeine Trade-Aktion vorn. Ja, natürlich. Der Jallert. Du wolltest mich erschießen. Der Jallert gleich. Ja, ich hab daneben geschossen. Ja, weil du... Ja, du hast daneben geschossen, aber du wolltest mich erschießen. Nein. Nein. Versuch's erst gar nicht. Versuch's du nicht eher. Du bist auch so. Hallo, Craps. Ich würde sagen, Grants ist der Traitor, sonst würde ich keinen Traitor-Test machen. Irgendjemand hat mich hier im Faschel eingesperrt. Traitor-Test. Alle müssen schreiben. Schreib mal Nephias, ich will das mal wissen. Allgemeines. Wow. Craps, schreib mal bitte was in den Chat mit Y. Es ist grün. Es ist blau bei mir. Ich seh das aber nicht. Das, was Grants geschrieben hat, hab ich gesehen. Ja, weil Craps ist ja Detective. Ja, und wieso haben wir das von Nephias nicht gesehen? Weil Craps hat, glaub ich, im Detective-Chat mit U geschrieben. Ja, richtig. Wie ist das andere? Äh, Y. Das ist doch einer. Ja. Ah, okay. Schade, alle. Ich dachte, Nephias ist es so, weil es... Da wurd geschossen. Wo? Ich komm grad von oben. Wen hast du erfossen? Ja, der Dallokat kommt runter, pass auf! Nein, 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 das war nicht oben. Lebt Craps noch, ja. Alle leben. Äh, warum wurd hier da hin? Nephias hat es wieder versucht. Nein. Nephias hat es wieder versucht. Ach, Schweine. Ja, also langsam reicht's. Langsam ist gut. Wie viele Schüsse sollen wir denn noch geben? Das sieht cool aus. Ei, ei, ei. Noch 81 Runden, sagt der Scoreboard. Ist das richtig? Wir haben immer noch zwei. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir fertig sind. Am Ende geht's darum, wer die meisten Punkte hat. Und dann, also wenn noch 81 Runden rum sind, fliegt der mit den wenigsten Punkten und die anderen vier machen dann nochmal 100. Ja. Bis der letzte überlebt. Selbe Situation, Nephias, wirst du auch dieselbe Rolle kriegen. Wir können ja mal gucken. Aber du wahrscheinlich, wenn der du jetzt schießt, bin ich, bin ich wahrscheinlich tot. Ja, wer hat hier auf Craps geschossen? War das hinter mir? Wo war das? Ja, hinter dir wurde geschossen. Peter ist hier. Craps, bei mir? Ah, hinter Miss Grants, okay. Ich überprüfe das hier, ob hier jemand tot ist. Da ist keiner. Komm mit. Ja, hier, okay. Guck mal, der hier. Den hat Vita getötet, eindeutig. Du hast da einen Tod gefunden? Ja. Dann komm ich doch mal rein. Da hinten der Mann vom Catering, der da hinten links liegt. Ach, du bist ein Eumel, ey. Der Mann vom Catering. Okay, ich glaube, einer von den anderen beiden ist schon down. Ja, nee, Dalu ist bestimmt noch nicht down. Ja, Leute, Leute, bleibt hier. Die anderen, es ist nur noch einer von denen am Leben. Also Dalu oder Nephias, ja? Ja, derjenige, der jetzt nicht mehr, der ist es. Der, der nicht mehr, der ist es? Herrlich. Ja, weil wir waren die ganze Zeit... Die Dings, die Turrets wurden aktiviert, hinten im Raum nicht da reingehen. Okay. Ey, Vita, wo bist du? Ey, Vita. Ja? Wieso bist du weggegangen? Weil ich den Trailer töten möchte. Nein, ach, Mensch. Der muss doch zu uns kommen. Okay, es kann natürlich auch sein, dass der zum Bombe liegt, ne? Ja, aber dieses, äh, der muss zu uns kommen, das stimmt ja, aber... Dalu lebt noch, Dalu ist Traitor. Ja, aber dann hätten wir, wenn wir zusammen geblieben wären alle, dann, äh... Ich seh eh die hinten bei... Ja, siehste? Genau deswegen. Der ist Feuer, aber es gab auch den zu suchen. Wer so gut der findet. Da hinten ist er. Er hängt die Leichen auf. Hängen sollen sie. Er macht sich das da hinten schön. Hab ihn nicht... Das war so mies, ey! Was ein Schuss der erste, ey! 98 Damage hat der gemacht. Hast du schon ne Bombe gelegt? Nein! Weiler! Hei, 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 ey! Ach, du hast diese Scheiss Shotgun vom Detektiv gekauft, oder? Ne, ich hatte Radar gekauft. Weil das... Auf einmal waren alle, also... Die anderen beiden waren so ruhig, da dachte ich so, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Nein, nein, es ging um den Hit, der war so... 98 Damage der erste Schuss, als du um die Ecke kamst. Da war vorbei mit der Shotgun im Duell. Den hab ich verdient, Dalu. Da hab ich euch beide aufgehangen, ey. Aber anstatt alle zusammenbleiben, Vita will noch mal sterben, ey. Vita dachte sich, den hol ich allein. Ja. Ne, ich find's einfach nur blöd, wenn alle immer zusammen... Hätten sie doch machen können, wär einfacher gewesen für mich. Dann hätte er nämlich traitern können. Wer ist hier Detektiv? Dalu verfolgt den Detektiv? Ne, hä, Nefias ist ja gar nicht. Okay. Ach, Vita. Ich bin Eno. Der Detektiv ist hier aufm Klo. Ne, doch nicht, okay. Nefias hat den Trailer Gang aufgemacht. Ja, natürlich. Da ist Vita. Hier ist Krabs. Hey, wer hat hier geschossen? Ich war's. Ich hol mir dieses Grenze eine Shot. Ja, hier ist doch auch Vita noch. Wo ist Nefias? Der war doch hier auch noch. Ich hab mich hier unten in die... In den Trailer Gang versteckt. In den Trailer Gang versteckt. Hier hinten bin ich. Zwei unten. Ja, ich bin... Drei unten. Drei unten. Drei unten. Drei unten. Die Tür ist zu. Drei unten. Nein, es sind nur zwei. Hallo. Granz. Granz, du hast ihn eingesperrt. Granz, du hast ihn eingesperrt. Wen? Unten wurde einer erschossen. Unten war der Detective. Ne, Krabs. Ich bin noch da. Hinter uns, Krabs. Der Gang ist... Der Gang ist im Arsch. Kann leider nichts anderes machen. Ich muss ganz fix auf. Komm's gleich. Hä? Okay. Dann ist es Granz. Tut mir leid. Das ist halt voll scheiße. Granz, ich weiß, was du es bist, aber ich darf den nicht erschießen. Doch! Doch! Granz! Warte lieber, bis ich sterbe. Ja. Komm schon, Granz. Durch zwei Türen. Nein, er will mich messen! Nein! Ich hänge fest. Ich hänge fest, Galun. Ich hänge wirklich fest. Egal, du hast mich freigeschossen. Ich krieg das Messer so schnell nicht. Warte. Wo ist es da? Wo ist er? FK? Ja, du hast richtig... Du hast... Gut gemacht. Ja. Komm, die Runde war total dumm, weil Vita AFK gegangen ist. Ist die ganze Runde sofort zu Ende gewesen. Ja, ja. Es war voll aufgefallen. Ja, weil Nephias war eingesperrt. Ja. Du wusstest, dass er inno ist und... Ja. Und Vita geht ja kaum weg, wenn er Traitor... Obwohl wär auch geil, wenn er jetzt Traitor gewesen wäre. Ja, und alle sind tot außer einer. Und dann kommt irgendwie wieder da, was passiert? Oh, ich hab gewonnen. Nee, aber Vita weiß gar nicht, was er damit ausgelöst hat. Die Runde war sofort zu Ende gewesen. In dem Moment Blacksetter, der AFK wollte ich schießen. Oh, ey. Oh, Gott. Wie hab ich ihn da daneben geschmissen? Oh Gott, hier ist auch noch Craps. Ich hau ab. Ja, 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 ja. Vita, ey. Die ganze Runde. Du hast die ganze Runde versaut. Durchs AFK gehen. Ja, ist so. Du hast zugesagt, dass du bis AFK war die Runde zu Ende. Weil ich hatte Nephias in einem Raum eingesperrt und... Craps war halt Detective da. Ja, du wusste, er ist inno und dann ja, ging die Action los, ey. Unten. 2 Etage. Hier ist der Detective Nephias mit der dicken Shotgun. Herrlich. Da kommt Dalu hinter mir her. Wo seid ihr denn, Alter? Unten. Oh, ich bin jetzt in der Mitte. Ey, ich glaub, ich will gar nicht zu euch. Wer ist das? Granate. Du, hast du ein Messer in der Hand? Wieso seh ich deine Waffe nicht? Das ist ne D, gell. Wieso seh ich die nicht? Ja, hier. Pff, tot. Ich hatte schon grad Angst. Ey, dass der Detective mich jetzt einfach hier beschuldigt. Ne, das war ne... Einer ist tot. Da, wo ich hingerannt bin, Craps. Vita Wolf ist tot. Okay, Dalu ist es. Wie lange ist Nephias schon bei dir? Lange genug. Nephias ist doch der Detective. Nephias, wie lange ist Gran schon bei dir? Die ganze Zeit. Er ist mit Fahrstuhl runtergefahren. Er war aber vorher die ganze Zeit bei mir. Vom Einschuss... Ach, scheiße. Das Einschussloch, er sagt, dass er vom Fahrstuhl ausgeschossen wurde. Ja, super. Das kann ja auch jeder... Das kann ja auch die unten gewesen sein. Ja, aber Nephias ist ja... Ich weiß ja nicht, wie lange wieder schon... Halt, stopp. Ach, Nephias. Okay. Seit 23 Sekunden. Das war der Schuss, den ich... Ich rechne, ja. Nein, nein. Ich weiß, wer es ist. Aber das wäre random. Also, wenn mir das keiner glauben würde. Da kommt einer. Es ist da, Loo. Ich... Wo ist er? Nephias ist hier. Ne, ne, nicht Nephias. Traitor. Da kommen sie. Da kommt Dalu wieder. Nein, nein, nein. Wo ist er? Nephias, wo ist der letzte Punkt? Schnell. Ich habe keinen Radar. Kannste einkaufen. Der hat die Shotgun gekauft. Eben eine Bombe hören. Ich weiß, wer es ist. Ja, scheinbar dann Craps, wenn du mich nicht abgeknallt hast. Ja, ja. Nephias versteckt mich hier drin. Das war nämlich der eine Schuss, den ich nämlich gehört hat, als ich unten war. 20 Sekunden. Ja, Bombe, hier. Hier ist die Klappe auf. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Zurück, zurück. Nach vorne. Hier ist vorne. Ach, ne, halt. Nein, 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 nein. Du bist hinten. Da am Cockpit. Da, wo man es aufschrauben muss. Da hin. Hier ist der Bombe. Hier unten im Fahrstuhl. Am Fahrstuhl. Ach, ehrlich. Mein Gott, ey. Ich habe es gesagt, Ren. Ah, da bist du. Ich war da doch gar nicht. Komm schon. Oh nein. Nein, das lebt keiner mehr, oder? Keine Ahnung. Sei wenigstens so ehrlich, wenn du weißt, dass Krabs tot ist, dass du es mir sagst. Na, ich weiß es nicht. Da kam einer. Ne, das warst du schon wieder. Du weißt, dass du... Ey, komm schon. Du kannst... Bevor ich mich so von dir verarsche, lass mich auf dich schießen. Hilfe! Okay, okay. Ne, ne, ne. Ich wollte nicht, warum du abgehauen bist. Er lebt noch. Wie kriegen wir ihn? Hier ist der Traitor-Gang auf. Da sitzt er. Ah, okay. Da hab ich mich geschossen. Er ist da ganz unten. Ich opfer mich. Ah, okay. Alter, ich kann schießen, so viel ich will. Glaubst du? Glaubst du? Da stirbt mal einer. Die letzte Runde machen wir jetzt. Ne, ich wusste, dass Krabs... Das war schon die letzte Runde. Ne, das ist jetzt die letzte Runde. Piu. Ei, 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 ei. Als ich die Leiche oben gefunden habe, war es mir klar. Erstmal nochmal geguckt, aus welcher Richtung... Dann geh ich gerade da runter und dann piepst du dann gerade das letzte Mal. Das Einschussloch war an der Wand. Ich guckte, kommt das hin mit der Zeit? Die Krabs genau. Ja, kommt hin. Zack, Fall gelöst. Kann es sein, dass du zweimal geschossen hast? Ne, das andere war ich. Ah, okay. Deswegen kann ich mich auch noch genau daran erinnern, wann das war. Ich habe direkt danach geschossen auf dem Feuerlöscher. Hallo. Hallo. Die Runde machen wir jetzt schnell. Wenn ich Trailer bin, baller ich euch direkt ab. Also, alles wie immer. Habt ihr Glück, ich bin eh nur... Allein mit Nephias, falls ich sterbe, bin ich tot. Dalu ist auch neu. Rastet aus, rastet aus. Dalu ist auch neu. Problem ist, Dalu wäre wirklich ausgerastet, glaube ich. Ja, aber es sind ja... Oh! Alter, Dalu hat einen getötet! Was? Nein! Ja, nö, überhaupt nicht. Er ist umgefallen. Nein, nein, nein. Leute, ey... Ey, ich hab mitgekommen! Craps... Nein! Du, das war das Messer. Das ist wahrscheinlich so wie ich im Schwimmbad. Wie? Ja! Diesmal hat Craps voll viel ausgehalten! Jawoll. Wieso war er so schnell down? Ich musste eskalieren. Tut mir leid, Dalu. Ich hab noch drei HP. Ach so, du hattest drei HP. Das war jetzt die letzte Runde, ey. Ehrlich? Das war's. Das war's. Und zwar... Tschüss! Holly. Tschüss! Tschüss! Tschüss!